Hallo und herzlich willkommen zu Jagdmister X. In diesem Video möchte ich euch einige Tricks verraten, wie ihr jede Zahlenmauer ganz einfach und schnell lösen könnt. Doch haltet bitte zunächst einmal das Video an und versucht die Zahlenmauern eigenständig zu lösen. Zunächst einmal ist es wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass in einer Zahlenmauer immer drei Felder unmittelbar zusammengehören. Diese drei zusammengehörenden Felder wollen wir als Bereich bezeichnen. Wollen wir nun in so einem Bereich eine obere Zahl berechnen, so müssen wir die unteren beiden Zahlen addieren, also Plus rechnen. So ergibt beispielsweise 21 plus 16 37 oder 16 plus 31 47. Mit dieser Vorgehensweise können wir die ganze erste Zahlenmauer lösen. Wichtig ist auch, dass wir immer nur eine Zahl berechnen können, wenn in einem Bereich schon zwei Zahlen bekannt sind. Schauen wir uns nun einmal die zweite Zahlenmauer an. So fällt auf, dass in allen Bereichen immer nur eine Zahl bekannt ist. Wir benötigen also eine neue Idee, um auch derartige Zahlenmauern ohne umständliches Probieren lösen zu können. Eine ganz tolle Idee ist es, in der großen Zahlenmauer nach einer kleineren zu suchen. Einer kleineren Zahlenmauer, die wir lösen können. Wenn wir uns nun einmal die kleinere grün markierte Zahlenmauer anschauen, dann sollten wir uns dieses Muster unbedingt gut einprägen. Wir kennen mit der Zahl 18 die Zahl in der Spitze und mit der 9 die mittlere Zahl in der untersten Reihe. Ich werde euch nun einen Rechentrick zeigen, wie wir die Eckzahlen oder genauer gesagt die Summe der Eckzahlen in der untersten Reihe berechnen können. Wir verdoppeln die mittlere Zahl, rechnen also 9 mal 2 und erhalten 18. Dieses Ergebnis subtrahieren wir von der Zahl in der Spitze. Wir rechnen also in diesem Fall 18 minus 18 und erhalten mit dem Ergebnis 0 die Summe der Eckzahlen. Nun gibt es nur eine Möglichkeit, die 0 als Summe zweier Zahlen darzustellen, nämlich 0 plus 0. Somit müssen wir in die linke Ecke die 0 und auch in die rechte Ecke die 0 eintragen. Jetzt gibt es wieder Bereiche, wo zwei Zahlen bekannt sind und wir können weitere Zahlen berechnen. Nun fehlt nur noch die rechte untere Zahl. Wie können wir diese berechnen? Immer wenn wir in einem Bereich eine untere Zahl berechnen wollen, dann müssen wir Minus rechnen. Wir subtrahieren also von der oberen Zahl die untere Zahl. Hier müssen wir 17 minus 0 rechnen und erhalten 17. Schon haben wir auch die zweite Zahlenmauer gelöst. Überlegt euch doch einmal, wie der Rechentrick funktioniert. Also weshalb können wir mit diesen die Summe der beiden Eckzahlen berechnen? Eure Ideen könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Auch in der dritten Zahlenmauer ist in jedem Bereich immer nur eine Zahl bekannt. Insofern sollten wir wieder eine kleinere Zahlenmauer in der großen suchen. Die jetzt grün markierte kleinere Zahlenmauer ist das zweite wichtige Muster, welches wir uns unbedingt merken sollten. Wir kennen die Zahl in der Spitze und wir kennen die beiden Eckzahlen der unteren Reihe. Wenn wir jetzt auch noch die mittlere Zahl der unteren Reihe kennen würden, dann wäre alles ganz einfach. Habt ihr eine Idee, wie wir diese mittlere Zahl berechnen können? Dieser zweite Rechentrick wird euch helfen, die mittlere Zahl ganz einfach und schnell zu berechnen. Wir addieren zunächst die beiden Eckzahlen, rechnen also 32 plus 43 und erhalten 75. Dieses Ergebnis subtrahieren wir von der Zahl in der Spitze. Wir rechnen also 115 minus 75 und erhalten 40. Jetzt müssen wir dieses Ergebnis nur noch halbieren, also 40 geteilt durch 2 rechnen und erhalten die mittlere Zahl hier mit 20. Auch hier würde ich mich freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, weshalb dieser Rechentrick funktioniert. Die verbleibenden Zahlen können wir mit den uns schon bekannten Methoden berechnen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt. Auf unserem Kanal gibt es eine Mathe AG als Livestream und ihr findet noch viele weitere Videos zu Aufgaben zur Mathematik-Olympiade und zum Känguru-Wettbewerb. Es gibt auch Videos zu mathematischen Zaubertricks, zu mathematischen Spielen oder auch zu mathematischen Rätseln. Außerdem gibt es Übungsserien mit QR-Codes. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann solltet ihr unseren oder besser euren Kanal abonnieren. Wenn ihr auch noch die Glocke aktiviert, dann werdet ihr immer informiert, wenn es etwas Neues auf eurem Kanal gibt. Alles Gute, alles Liebe, euer JagdMrX. Ich will, wir sehen uns beim nächsten Mal.